Das ist mein Cousin Lukas. Und sie ist seine Braut. Bräutigam und Braut, bitte kommt auf die Bühne. Schatz, lass uns gehen. Der Priester ruft uns. Okay, mein Schatz, ich komme. Mia, sie heiratet den Cousin von Roma. Wie gierig sie ist. Roma. Ja, Thomas. Du siehst besorgt aus. Geht es dir gut? Dieses Mädchen ist gierig. Du hast mir von deinem Cousin erzählt. Hat er ihr Haus und ihre Firma gekauft? Ja, Mia war pleite. Mein Cousin hat ihr ein Haus und die Firma ihres Vaters gekauft. Lukas liebt sie sehr. Dein Cousin macht einen großen Fehler. Sie ist ein gieriges und ausbeuterisches Mädchen. Wovon redest du? Ich werde es dir später erzählen. Wir müssen diese Hochzeit stoppen. Ich kann das nicht tun. Ich verstehe nicht, was du sagst. Hör zu. Ich muss gehen. Ich möchte nicht hier sein. Bitte verzeih mir. Wir sehen uns später. Thomas, ich bin verwirrt. Was ist los? Triff mich bei mir zu Hause. Ich werde dir alles erzählen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nun, wir sehen uns später. Herr Lukas, nehmen Sie Mia als Ihre Frau an? Ja, ich nehme an. Miss Mia, nehmen Sie Lukas als Ihren Ehemann an? Ja, ich nehme an. Ihr seid von nun an Mann und Frau. Glückwunsch euch beiden. Glückwunsch euch beiden. Ich freue mich so für euch. Danke, Roma. Hast du deinen Freund nicht mitgebracht? Er kam mit mir. Er musste etwas erledigen, also musste er gehen. Was ist los, mein Sohn? Du bist so früh gekommen. Der Cousin von Roma hat Mia geheiratet. Was? Mia und Lukas? Ja, Mama. Roma war so verwirrt. Ich habe die Hochzeitszeremonie verlassen. Mia ist gierig. Ich werde alles Roma erzählen. Sei nicht traurig. Du solltest froh sein, dass du ihr wahres Gesicht gesehen hast. Du hast recht, Mama. Ich sollte Gott dankbar sein. Endlich sind wir für immer zusammen. Ja, mein Schatz. Lukas, ich möchte nach Paris reisen. Wir werden reisen, Schatz, aber erst nach zwei Wochen. Ich habe ein großes Projekt. Wenn wir das bekommen, wird unsere Firma bald wachsen. Okay, Schatz. Okay, Schatz. Aber kann ich morgen einkaufen gehen? Ich brauche deine Kreditkarte. Klar, Schatz. Alles gehört dir. Ich weiß, alles gehört mir, und ich werde es bald bekommen. Thomas, was ist los? Warum hast du mich allein gelassen? Es tut mir so leid, Roma. Ich wollte Mia nicht treffen. Warum ist das so? Warum wolltest du ihre Hochzeit stoppen? Es liegt alles an Mia. Mia ist ein gieriges Mädchen. Sie will das Vermögen deines Cousins. Sie liebt ihn nicht. Wie kennst du Mia? War sie deine Freundin? Ich habe sie geliebt, aber sie liebte nur Geld. Sie liebt sich selbst. Sie kann alles für Geld tun. Was? Du hast sie geliebt? Ja, aber nicht mehr. Ich hasse sie jetzt. Ich wollte das Leben deines Cousins retten. Jetzt kann nichts mehr getan werden. Lukas wird dir nicht glauben. Aber ich bin froh, dass du mir alles über deine Vergangenheit erzählt hast. Lassen wir dieses Kapitel schließen. Roma, bitte setz dich. Danke, aber ich muss jetzt gehen. Mein Vater wartet auf mich. Wir sehen uns bald. Ich komme zu deiner Geburtstagsfeier. Ja, sicher. Nun Schatz, ich gehe einkaufen. Wir sehen uns heute Abend. Pass auf dich auf. Wir gehen zur Firma. Wir haben ein Treffen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich mag dieses Kleid wirklich. Wie viel kostet es? Dies ist ein neues Design. Es kostet 600 Dollar, Madame. Wir exportieren dieses Kleid online. Jemand ist wirklich talentiert. Okay, ich nehme es. Möchten Sie noch mehr Kleider sehen? Ja, sicher. Nun Lukas, wir haben dieses Projekt bekommen. Ich bin so stolz auf dich. Unsere Firma wächst. Ich werde bald alles in Ordnung bringen. Ich weiß, du kannst alles machen. Du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Mia, was machst du? Ich tanze. Ich bin so glücklich. Die Musik ist zu laut. Bitte hör auf damit. Lass uns zu Abend essen. Ich verhungere. Ich habe schon im Restaurant zu Abend gegessen. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Ich sehe, du hast den ganzen Laden gekauft. Wie viel hast du ausgegeben? Nur 5000 Dollar, Schatz. 5000 Dollar? Du hast zu viel ausgegeben. Ach, komm schon. Du bist so reich. Und mein Vater hat mir gesagt, du hast das Projekt bekommen. Mach dir keine Sorgen um das Geld. Du solltest kein Geld verschwenden. Okay, ich werde darauf achten. Und wir gehen morgen zu Romas Geburtstagsfeier. Wow, ich liebe Partys. Okay, ich gehe essen. Warte nur ab und sieh zu. Ich werde so viel Geld ausgeben, wie ich will. Ich muss bald dein Vermögen bekommen. Was ist das, mein Sohn? Meine Verkaufsliste. Die Leute kaufen meine Kleider. Ich habe in zwei Wochen 20.000 Dollar verdient. Wow, du wirst reich. Gott segne dich, mein Sohn. Nun Mama, ich gehe zur Geburtstagsparty von Roma. Roma Thomas, du bist gekommen. Du siehst umwerfend aus. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Du hast es so gut entworfen. Jeder hat nach meinem Kleid gefragt. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Ich habe eine große Überraschung für dich. Wirklich? Erzähl mir. Ich bin neugierig. Ich kann nicht warten. Du musst geduldig sein. Ich werde dir dein Geburtstagsgeschenk nach der Party geben. Okay, ich werde warten. Alles Gute zum Geburtstag, Roma. Danke. Thomas, das ist mein Cousin Lukas. Lukas, das ist mein Freund Thomas. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch? Thomas ist sehr talentiert. Er entwirft sehr gut Kleidung. Ich kann es an deinem Kleid sehen. Kein Zweifel. Thomas, du bist an meinem Hochzeitstag so früh gegangen. Du hast meine Frau nicht getroffen. Oh nein, ich habe Mia vergessen. Sie kam auch. Ich hätte Thomas davon erzählen sollen. In meiner Arbeit ist etwas aufgetaucht, daher musste ich gehen. Macht nichts. Mia kommt. Sie war im Salon. Ich will sie nicht sehen. Hallo alle zusammen. Alles Gute zum Geburtstag, Roma. Danke. Mia, das ist Thomas. Er ist ein Freund von Roma. Hi Mia, wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Mia ist wirklich unschuldig. Thomas, er ist ein Freund von Roma. Wie ist das möglich? Warum hat sie ihn eingeladen? Er ist ein armer Mann. Miss Mia, denken Sie an etwas? Nichts, mir gefällt die Dekoration wirklich. Danke, lasst uns den Kuchen anschneiden. Alles Gute zum Geburtstag, Roma. Mögest du lange leben. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Die Party war großartig. Hattest du Spaß? Ja, ich habe viel Spaß gehabt. Liebling, weißt du, was Romas Freund arbeitet? Er ist Modedesigner. Modedesigner? Er ist ein armer Mann. Vielleicht spielt er mit Roma. Liebling, ich glaube, dieser Junge spielt mit Roma. Mia, sprichst du von Thomas? Ja. Es ist nicht so. Er ist eine großartige Person. Die Party war großartig. Danke. Alle sind gegangen. Die Party ist vorbei. Es ist Zeit, mir mein Geburtstagsgeschenk zu geben. Ich kann nicht warten. Zuerst einmal, mag ich deine Persönlichkeit wirklich. Dein Vater ist ein großartiger Mann. Roma, ich mag dich wirklich. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Thomas, liebst du mich so sehr? Ja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Ich liebe dich auch. Ja, ich werde dich heiraten. Das ist der beste Geburtstag meines Lebens. Ich muss Lukas' Eigentum bekommen. Ich muss einen besseren Weg finden. Ich kann nicht mehr warten. Wie war die Party? Hattest du Spaß? Alles war großartig. Und ich habe Roma einen Antrag gemacht. Was? Wirklich? Was hat sie gesagt? Sie hat ja gesagt. Sie mag mich auch. Ich freue mich so für dich, mein Sohn. Roma ist ein tolles Mädchen. Sie wird mit ihrem Vater über uns sprechen. Wir werden bald heiraten. Wirst du hierbleiben nach der Hochzeit? Nein, Mama. Ich habe ein Haus für uns gekauft. Mein Geschäft wächst schnell. Wir werden dort leben. Ich bin so überglücklich. Deine Träume werden wahr. Was ist los, Lukas? Weißt du, wir haben das neue Projekt bekommen. Ja, ich weiß. Du hast deine Anteile investiert. Wir haben das Projekt bekommen. Es war ein Betrug. Diese Firma war gefälscht. Ich habe alles verloren. Ich habe kein Geld. Was? Wir haben alles verloren. Ja. Ich habe keine weiteren Anteile zu investieren. Ich habe deine Firma gerettet, aber viele Arbeiter kündigen. Sie werden nicht bezahlt. Wir müssen dieses Unternehmen schließen. Wir sind wieder pleite. Ich habe alles verloren. Wir haben unser Haus, aber wir müssen dieses Unternehmen schließen. Mia wird das nicht aushalten. Keine Sorge. Ich werde einen guten Job finden. Ich werde mich um sie kümmern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Ich werde mich um sie kümmern, und die Glocke, für 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 die